Ich denke, es war heute ein gutes Spiel. Man hat gesehen, dass wir von der ersten Minute an das Spiel gewinnen wollen. Auf der Quoten ist jetzt geplatzt. Das ist eigentlich die Fortsetzung der Spiele, die wir vom ersten Tag an geliefert haben. Das ist eigentlich die Fortsetzung der Spiele, die wir vom ersten Tag an.